Die Gau-Liga Bayern 1941-42 war die neunte Spielzeit der Gau-Liga Bayern im Fußball. Zum 1. Oktober 1941 war der Sportbereich Bayern in fünf Gaue eingeteilt worden. Die oberste Spielklasse wurde in dieser Saison aber zunächst noch eingleisig ausgetragen. Zum zweiten Mal nach 1939 gewann der 1. FC Schweinfurt 05 den bayerischen Gaumeistertitel. Nachdem im Verlauf der Runde lange Zeit zunächst Vorjahresmeister TSV 1860 München und anschließend die SPVGG Fürth das Feld angeführt hatten. Die Schweinfurter schieden allerdings in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft bereits im Achtelfinale aus. Die beiden letzten Plätze der Gau-Liga belegten abgeschlagen die beiden Neulinge aus Nürnberg und Weiden. Spielten aber in der Runde 1942-43. erneut erstklassig, da die Gauliga in eine Nord- und eine Südgruppe aufgeteilt wurde. Neumeyer Nürnberg trat ab 1942 als VfL Nürnberg an. Das Spiel FC Bayern München gegen Reichsbahn SSVG Weiden wurde nicht mehr ausgetragen. Die beidenulelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele